Anni, jetzt halbwegs gleich los. Okay. Ey, der beschleunigt schon mal schneller, der TGW. Okay, doch nicht. Der ICE ist tausendmal schneller. Der beschleunigt viel schneller. Das ist grad cool. Es ist grad cool, aber auch irgendwie sad. Also klar, der TGW hat nicht so viel PS, ne? Und der ICE fährt jetzt hier zack einfach links vorbei. Schon sad.